Und hallo und willkommen zurück zu Resident Evil Remastered, das Remake. So, wir haben jetzt den... welchen Schlüssel haben wir jetzt eingesackt? Ups, da verdrück ich mich gleich mal. Den Pik-Schlüssel. Da muss ich mal gleich auf die Karte. Pik-Schlüssel, Pik-Schlüssel. Das war Kreuz. Mal ein bisschen rauszummen hier. Wo haben wir den Pik gebraucht? Da haben wir einmal Pik gebraucht, im Wartezimmer. Und da haben wir einmal Pik gebraucht. Das heißt, wir gehen erstmal wieder nach unten. Wir durften eigentlich gar keine Zombies mehr sein. Ich drück aus dem Sinn immer L3 rein. Da will der immer direkt lossporten. Was hier nicht gerade ratsam ist. So, wo lang? Okay, hier rein. Hier hatten wir ja noch den Tresor. Ja, hier steht wieder einer. Ich höre es. Benutzen. Also, Entschuldigung, wenn das ein bisschen lauter sein sollte. Ja, hi. Du lebst ja noch. Gute Nacht. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. Danke. 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 So, da macht er auch gleich schon ein Autosave. Ostseite die Stufen hoch. Das müsste dann... Ja, hier. Da kann ich euch ein bisschen Gas geben. Weil ich habe die Erfahrung, die Eingangshalle war damals ein Savepoint. Hier durften gar keine Monster kommen. Laut meiner Erkenntnis. Ja, hier war auch ein Tresor. Ja, erstmal Tür und Raps schicken. Brauchen wir ihn noch? Ja, der ist noch brauchbar. Okay. Da scheint einer gelandet zu sein. Ja, Quack. Der Bruchpilot war ein Werk. Ah, da ist noch ein Pflänzchen. Habe ich alles hier? Hier muss noch was sein. Hier muss noch etwas sein. Ja, hier brauchen wir eine Kurbelle. Die habe ich aber noch nicht. Was ist das hier? Okay. Okay. Ok Artikel, roter Stein, Königin, Juwelen, aha, die sind keine Reine, Stein ist einfach Okay, ich glaube ich weiß nicht, da brauchten wir, da liegt ja schon der Arm, den könnte man ja rein theoretisch schon mal hier, zack, einfügen. So, jetzt gehen wir aber mal zum Innenhof, weil das, ne von da kamen wir. Hä, hier soll immer noch was sein, aha, oh ja, der hat sehr gut eingeparkt. Hey! Leon? Claire, warte, ich bin gleich da. Ok. Claire, ich bin so froh dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kann, wie hast du nichts? Ja, bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen? Tut mir leid, nein. Aber, wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht auffliegen. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Jo. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sag dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Das der immer flirten muss, der Kerl. Aber sie hat ja angefangen. So. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Komm. Da gibt es ja den Bolzenschneider. Aber jetzt bin ich wieder hier. Gibt es nicht auch noch Schlüsse mit den Pick? Ne, hin, nur hier. konnte ich ja noch ein jetzt und hier um mann junge bist du hässlich scheiße scheiße Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ventilgriff. Sehr schön. Hier ist noch gelbes Pulver. Ich glaube, ich komme hier nochmal hin. Scheiße, hier ist die Sicherung. Komm, die habe ich eh so selten benutzt. Ich brauche jetzt eher die Sicherung. Dann muss ich nochmal so in meiner Kiste... Hat mich dieses Scheiß-Vier angeknabbert. Und ich renne wieder in Richtung Scheiß-Haus. Ich höre nichts. Ist doch, glaube ich, gut so. Da runter. Ach, scheiße. Ja, Leon, so sagst du's. Einmal an die Truhe. Ich könnte ja schon mal... Ne? Hm. Das mache ich nachher. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Und schicke, was es da noch gibt. Und... Kraut. Ein gelbes Pulver. Die liegen da jetzt ganz geschmeidig noch. Ach, die hätte ich da von der anderen Seite öffnen müssen. Wahrscheinlich. Was ist denn hier? Das war die Tür. Hallo. 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 Und ein gelbes Pulver. Da steht wieder einer. Boah, das Zombie-Design ist so geil. Alter. Lass dich jetzt mal auch mal abknallen. So, hier nehmen wir mal den Stuhl weg. Wunderprächtig. Da haben wir das auch, aber hier muss noch was sein. So, jetzt will ich das mal testen eben. Kombinieren. Flinten-Munition. Okay. Jetzt haben wir hier alles. Jetzt kann ich eigentlich, jetzt haben wir hier alles, hier alles, hier alles, hier alles. Jetzt kann ich eigentlich wieder hier rum. oben. Und mal eben hier hin. Genau. Dann machen wir das doch so. So. Welcher Weg war das? Oben oder unten? War das nicht? Könnte ich nicht die Tür jetzt hier öffnen? War das nicht? Hier kann die... Ah ja. Sehr gut. Es dauert viel Zeit. So. Jetzt muss ich erstmal zum Safe-Room. Du klopfst immer noch in die Scheibe. weg. Obwohl, ich kann lieber die hier wegnehmen und mir eine einzelne Pflanze mitnehmen. Das ist glaube ich besser. Da. Tue ich die mal kurz weg. Wo ist sie? Da. Und die mitnehmen. Und dann wieder retour. Oh, ich feiere die Atmosphäre von Mal zu Mal. So. Hier war das. Weil jetzt kriege ich neue Spielzeug. Mach auf da. Geil. Ah, das sieht doch schon gewesen aus. Wesentlich besser aus. Finde ich. So. Was haben wir hier? 1,02. 1,03. Und Film. Das ist die 1,06. Ja, die könnte ich eigentlich auch aufmachen. 2,0. Naja, die komme ich hier nicht ran. 2,08. Ich könnte jetzt erstmal die 2 einsetzen. Da könnte ich mir nochmal Flint Munition mitnehmen. Äh, benutzen. Ja. 2,08. Enter. Sehr schön. Hm. Das andere kann ich noch nicht öffnen. So. Sehr schön. 1,02. 1,03. Was war jetzt der Film? Der Farbfilm. Was war der? Wo war der? Nein, das war Pulver. 1,06. Ey. Da ran. 1,06. Enter. 2,08. Da können wir auch gleich den Farbfilm entwickeln gehen. Das ist ja schön. Und wieder raus. Und das war da drüben. Da war die Lichteffekte. A dream. A big fucking dream. So. Mal gucken was auf dem Foto war. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Stimmt das war die Statue. Da fehlt uns noch das Buch. Das Buch fehlt uns noch. zu unserem Glück. die schrotze ja die bald ich mal lieber bei mir werde ich mal kurz ausrüsten und nachladen das ventil brauche ich du bleibst da draußen noch ich glaube das war ganz oben ne das war hier du dumme Kuh du dumme Planschkuh bleibst du jetzt liegen wo kam die hinher geschissen so Leon gönn dir mal eine Dusche erst mal das Blut von den Klamotten waschen bisschen Körperpflege und ihn fand ich gut achtet mal auf die Pose das stimmt finde ich so geil ähm ach ja hier Pulver nichts seht ihr das da hinten ach komm wir sind mal so mutig alter sind die geil designt oder was sagt ihr okay sein Bein zuckt noch ein bisschen da haben wir den Arsch auch erlegt Entschuldigung Leute ich bin gewählt immer ins Inventar so gehen um Waffen zu wechseln das bin ich noch von früher gewohnt das büro der Stars das dürfte Barry Schreibtisch sein Chris 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 Jill Rebecca Chambers und normalerweise steht hier im Schrank also im ursprünglichen Resident Evil 2 auf der Playstation 1 da war die Schrotflinte drin und ich glaube mit Claire der Granatwerfer und irgendjemand hat hier einen Funkspruch oder einen Fax gekriegt ich weiß es jetzt nicht mehr auf jeden Fall haben wir hier noch ein rotes Kraut das können wir nicht durch kombinieren so zack ach hier haben wir die Batterie scheiße ich muss zurück ich muss zurück so ein Speicherplatz äh der dicker ist jetzt dauernd zum Glück äh der schild hier vielleicht sich vor sich hin du bist tot äh bis zur Truhe ist es ja nicht weit ja das ist ja das klassische Resident Evil immer ein bisschen backtracking aber das liebe ich ja auch so das kann weg 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 das Messer kann allerdings jetzt auch weg das ist Fratze finde ich ein Zombie noch und dann Scht Sense so und jetzt retour dass die auch eigentlich greifen können ach ne das war ja hier so so der deppt hier fröhlich vor sich hin kein kein Licker weit und breit der liegt da und schläft so jetzt kann ich auch die Batterie mitnehmen wunderbar was haben wir hier internes Memo internes Büro Memo ist das Büro F1 was ach der Tresor ok der Tresor in F1 da können wir dann auch hin jetzt äh Moment ähm Dragon muss immer alles fotografisch festhalten damit er nicht die Papiere hundertmal durchforsten muss ähm Kamera wo bist du da ist Kamera so wunderbar dann gönnen wir auch gleich mein Tresor zu F1 weil ich muss hier später sowieso nochmal hin weil hier gibt es auch was schönes was ich später haben will weil sonst hätten wir hier alles das ist in der Regel das hier da da hinten sieht man schön ne dafür muss ich hier an den PC aber da fehlt mir ja noch was so der Tresor in F1 das war das war Empfangsteile glaube ich der ne so wir haben schon mal die Batterie haben wir noch ein bisschen Platz ja da können wir noch mal gucken wir waren jetzt hier und dann ist auch noch ein Raum gewesen dann gehen wir wieder zurück Mensch da da brauche ich wieder den Schlüssel und die haben wir entsperrt jetzt ach guck mal an eine Karte da müsste auch noch was liegen genau und dann können wir das hier auch gleich machen ähm was ist das das ist das Einhorn da muss ich wieder spicken Einhorn Fisch Skorpion Vase Einhorn Fisch, Skorpion, Vase das ist so hier rum Dankeschön Dankeschön das ist besser ok ich will die Meuten hier nicht lange stören aber hier haben wir das Buch das nehme ich gerne und tschüss wart äh ok ähm tschüss ich umgeh die jetzt mal lieber die Köln steht zwischen mir und den Ausgang ach scheiß das war ja die ach kacke das hört hier raus tschüss 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 so jetzt habe ich schon mal das Buch ähm wir kommen hier rein den habe ich da Bibliothek muss ich eh nochmal rein ist das warum muss ich auch nochmal rein wegen hier ja ähm ok dann Eingangshalle und jetzt nächstes Ziel Tresor jetzt nächstes Ziel Tresor keine Geräusche ich habe keinen Zombie kann ich nochmal ja außer dem Zombie der jetzt da draußen und sich da an der Scheibe rum bollert ähm da fehlt mir noch was zu da fehlt mir noch was zu das war jetzt hier runter und da die Tür rein perfekt dann sind wir gleich schon mein Tresor ne quatsch wo ist denn hier Entfangshalle hier war doch hier war doch ne Tresor so mein die Ideen L9 dann R15 und L7 Wunderprächtig und wir können wieder mehr tragen so da haben wir auch wieder mehr Speicher äh mehr Speicher mehr Tragekapazität finde ich schon mal sehr nice ähm ja er chillt da seine Base die Medaille können wir auch schon mal einsetzen dann fehlt uns nur noch eine wunderbar wunderbar so und ich würde sagen jetzt speichere ich mal eben und dann beende ich die heutige Session so habe ich noch irgendwas dabei was ich ablegen möchte das Buch kann ich eigentlich behalten so Leon einmal puh da haben wir wieder ein bisschen was geschafft so meine Freunde ich bedanke mich vielen Dank für's einschalten hoffe es hat euch gefallen und ich würde einfach mal sagen bis zum nächsten Mal Ciao